ARD Text im Auftrag von Funk Abhängig davon wie viel Leben du noch hast Okay ist mir noch nie aufgefallen Ich glaube volles Leben kriegst du eh nicht mehr sobald's einmal weg ist Hier sind Pipes Hier wo ich stehe Du hast ne Pipe, okay Ist das ne Pipe in deine Hose oder bist du einfach nur froh mich zu sehen? Ähm, ja Oh man, that sounds like a boomer Aua Hey man, that hurts Oh, das war kein Zombies Ja, das war Louis Ich finde es halt nicht gut, dass die in ihr Patientenmantle da hinten offen sind Ja, aber warst du schon mal im Krankenhaus? Weil so, so sehen die nun mal aus Ich weiß, aber normalerweise renne ich als Zombie rum Das stimmt Explicit Content Explicit or exquisite Ja, was das denn? Ja, ich hab meine geile Imba Anime Neon RGB Sniper Dies ist zwar Bold Action, aber ich bin das trotzdem mal ein bisschen Ich hab noch mal ne Schaufel Ah, Alter, da ist halt literally vor meinen Augen ne Mini-Horde gespawnt Ich hab sie wirklich gesehen wie sie gespawnt hat Kann man schon mal machen Da ist halt aus einem, aus einem Zombies 20 andere Ist das ein Lift Schacht? Ja Gehen wir da runter? Ja Seid ihr eigentlich schon wieder? Ein Aufzug von da Achso Alter, diese Waffe suckt dir mal heftig Das sind halt, glaub ich, alle unten Äh, nein, ich Ich, äh, wie seid ihr da runtergekommen? Ja, gesprungen Ich bin Ich hing einfach nur da halt Achso Ja, okay Warte mal aus der Etage halt weiter unten Ja, du wirst natürlich nicht von ganz oben springen Aber Warum gibt's dann diese Etage überhaupt? Achso Ich glaub wir müssen hoch Ja, ja, weil ich bin jetzt wieder unten und ähm, naja Am selben unten vorher Ich glaub wir müssen hoch, oder? Ich weiß gar nicht Warte, wie komm ich hier hoch? Ah, ich hab Safe Room gefunden Äh, was? Okay Na scheiße, der ist der Startpunkt, ah fuck Ach nee Ja, ich bin grad ganz alleine, von daher ich bin Ein wenig nervös Oh, da, da, ich seh, ich seh euch Oh, da, da, ich seh, ich seh euch Ah, okay, mach so Okay Hab mal die Meute Ja, ja, geht schon Pipe in den Gang Pipe in den Gang Pipebomb auf dich Ausnahmsweise Ausnahmsweise Der Elefate ist hier Der Elefate ist hier Der Elefate ist hier Ah, Mann, komm Pipe in den Gang Pipe in den Gang Pipe in den Gang Was war das für ein Cluster? Ah, nie, Healing Das war witzig Das war witzig Äh, lass uns mal Ja, war auf jeden Fall Interessant Ja Ab da oben Ich fühlt eine leute Aufzug Musik Tolga hat grad geschrieben, der ist in 13 Minuten da Ja cool Wenn wir dann was machen wollen, dann, ja, mal schauen Wie wir uns fühlen Ja Wir machen echt guten Fortschritt diese Session Ja, langsam, langsam, weißt du schon Langsam werden wir mal warm Wenn du 70 Stunden rein, ja, jeetest, dann wirst du halt doch nicht irgendwann mal besser Hätte vielleicht vorher reloaden sollen, bevor wir hier rauskamen Wir sind auf dem Dach, aha Es hat ne scheiß Bolt-Action-Sniper, die nicht mal in einem, äh Schott töten kann Mach den Vielleicht nicht so die beste Waffe für ein Zombie-Apokalypster Ja, eindeutig die Beschissenste Waffe im Spiel Wenn ich mal so, so, äh Hier, Hot-Take Mach den 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 Ich höre die Witch und den Boomer. Ich habe sie angeguckt. Wieso ich? Ich bin meilenweit von der weg. Ich sehe die nicht einmal halt. Ja die war schreck hinter uns. Wo ist denn? Ja Ripp, hinter dir. Oh mein Gott. Es ist immer so wie sie neben dir stehen und ich so, wo ist er denn? Es ist nichts schreckliches, Kind. Ja, zum Beispiel ist er direkt in die Sicherung. Ja gut. Fähle ich ja nicht so viel. Oh nein, ich verliere meinen scheiß Sniper. Das stimmt. Wie tragisch. Ach ne, ich hatte ja die SCAR jetzt. Scheiße. Was soll's? Was soll's? Oh, Rooftop Finale ist es schon. Oh. Ohoho. In der Tat. Ja, ich bin auch schon seit 4 Uhr morgens wach. Okay, lang jetzt holen. Ja. Ich bleib bei meiner Pichan. Hatte ich hier irgendwo nie? Ja. Also so cool wie sie aussieht ist halt nicht wirklich effektiv. So bottom tier würde ich sagen. Oder low mid tier. Ich müsste mal eine tierlist machen von Left 4 Dead Waffen. Wäre doch mal interessanter Content. Ich hör hier irgendwas rum grunzen. Ja, ich hör so irgendwie irgendwie Aggressionsprobleme, aber sonst seh ich hier grad nix. Im Schacht. Der Lümmel. Ich hör wie jemand rumhustet und ich weiß nicht warum. Hier ist kein Smoke. Achso. Ja, weil der ist hier ja nix. Oh fuck. Ahhhh. Das war auch ein Bild für die Götter. Ahhhh. So jetzt müsste jemand bitte das Batsymbol in den Himmel strahlen. Ja. Bin dabei. Hier wo man sowas schafft. No smoking, aber es ist das Dach. Oh, hier seh ich doch schon mal ne schöne AK und Health Kids und Diegel. Woran ist die Soil grad gestorben? Gute Frage. Ja da hinten. Äh, Herzenfakt. Oh, hier ist ne, hier ist ne Minigun. Nop. Danke. Bitte. Das reicht. Hier ist ne Minigun. Ich fühl einfach, wenn ich den Schuss in meinem Rücken einschlagen. Ein bisschen Immunität aufbauen. Vielleicht, vielleicht, vielleicht mit Kleinkaliber an, aber es ist nicht hoch. Oh, hat jemand Demon Slayer Arc 2 gespielt? Nein. Aber ich muss sagen, je mehr ich von Demon Slayer so ein bisschen guck, so die, so die Fight Scenes und solles, äh, wär ich schon ein bisschen interessant, interessiert darüber. Ah, Alter. Hast du überhaupt das geschaut? Nein. Deswegen mein ich ja. Ich würd's vielleicht mal angucken, weil ich, der Animationsziel ist einfach traumhaft schön. Der ist, der ist wunderschön. Und dann, dann, wenn du auch noch irgendwie, wenn du dann Crunchyroll hast, oder, oder Waker ne? Loll, nein. Und dann, dann das Ganze in Full HD hast. Ich hab Netflix. Ja, stopp, die erste ist auf Netflix. Ja, die erste kannst du auf Netflix schauen, aber die zweite ist noch nicht auf Netflix. Was müssen wir machen? Ähm, irgendwie, ich hab ja... Ich hab... Müssen die Leute nur was drücken? Doch kein Bad Symbol. Die Helikopter holen? Würde ich behaupten. Wenn's hier auf dem Radio klickt, hier glaub ich's passiert. Okay. Ich geh in den Minigang. Zehn Minuten. Da passiert was? Defend yourself. Was, zehn Minuten? Was? Kein Ahem. Zehn Minuten ist wir durch, hat er gesagt. Zehn Minuten? Äh, zehn, zehn, ich glaub in-game Minuten und nicht, äh... Ja, warum soll der zehn Minuten sagen, wenn's not... Ah, cool. Weiß ich nicht. Die können sich ja mal verschätzen. Au, wo sind sie denn? Hinter mir wie unter. Das war so, was ich hab gemacht. Bei euch drüben ist doch, glaub ich, unendlich Munition, oder? Äh, ja. Äh, quasi. Okay. Ich muss schon wieder heilen. Ja, dann kann ich ja hier baddern. Äh, Jockey bei mir drüben? Ne, passt schon, der Jockey ist einfach zu kacke. Leute, geht gut genug. Ja. Aber Boomer irgendwo. Ja, bei mir. Ich hab mich mal kurz. Ich find's gut, dass die alle zu dir halt drüber gehen. Ja. Ja, weil ich grad ein bisschen, ich bin grad sehr attraktiv. Oh, Hunter. Der Smoker macht grad mehr. Smoker? Ja. Hab ich den jetzt erwischt oder nicht? Oh, das ist guter. Das ist guter. Ich hab mir das. Ich hab mir das. Du hast es guter. Du hast es guter. Oh, das ist guter. Ich kann euch fahren. Alter! 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 Wunder! Ja genau, schick sie mal über die Klippe. Ich hab sie ganz normal geworfen halt. Komplett weggedeated. Kommt dann schon wieder rüber. Und wo ist der Tank? Und bei mir war auch irgendwo ein Schock, ich weiß nicht ob der noch lebt oder... Der lebt nicht mehr. Wo kommt der Tank? Ah! Links! 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 Links von dir! Literally! Links von dir! Oh ich bin runtergefallen! Er hat mich voll runtergegetet! Lol! Oh shit! Der hat mich einfach aufs andere Dach gegetet. Er kommt hoch. Ich bin hinter dir da. Okay, ich glaub das ist ein... Tank ist dran. Ist ein... Ja, das war jetzt nicht so heiß. Ach so, bist du komplett tot? Ja! Ja super. Blöd gelaufen würde ich sagen. Wie lange müssen wir noch durchhalten? Zehn Minuten. Horde von links. Ist doch noch nirgends irgendwo ein Timer oder? Ne. Ne. Von daher denke ich nicht, dass es wirklich zehn Minuten sind. Es ist einfach nur, wenn wir halt x... Äh... Anzahl an Horden... ...überschritten haben. Ja. Oh fuck, Moment. Moment. Du bist sehr weit weg. Ja ich probier's! Oh fuck's sake! Ich bin down! Oh. Ich hab ein bisschen wenig... Konstant-Zongy ist zwischen mir und dir geschwoben. Ja! Ich hab... ich... Du kannst mir aufhelfen. Ja, ich bin auf dem Weg. Oh, Charger hinter euch! Ja, du hast ein Priorität. Wenn dir jemand aufhelfen würde. Jaaa, ich bin dabei. Mir wäre sehr geholfen, wenn wir jetzt innerhalb der nächsten zwei Sekunden... Genau, das war's. Wow, wow, wow. Da hat man belastend. Gott, war's peinlich. Wieso spawn ich eigentlich mit 17 HP? Gute Frage. Warum sind denn keine Helfkits? Was? Ja okay, wir kriegen gleich Helfkits trotzdem. Was denn da schon wieder falsch? Das funktioniert für mich! Ich find's so super. Ich hab's öbliche Sleasen vom letzten... Ich hab's öbliche Sleasen vom letzten... Es dauert wenig 4 Tage, um zu verändern. Keine Helfkits, keine Helfkits, keine Helfkits, keine Helfkits. Keine Helfkits, keine Helfkits, keine Helfkits, keine Helfkits. Der im Chicago-Ted. Ein wahrer Bad-Boy. Schau raus! Schau raus! Schau raus! Oh Gott, war der hässlich! Hey! Da 와 ich mir auch jedes mal, wenn ich er in den Spiegel schaue. Da Eeeamn. Ähh.. war hier nen Leiter vorhin? Ja. Mussten wir die Augen aufmachen. Wo? Hä? Wo ist der Jockey? Die ganze Zeit ins Bein schießen. Ja. Wieso bin ich jetzt wieder bei 30? Ich stehe jetzt so im Vertrag. Ah, Splitter hat mich, Splitter hat mich, Splitter. Ja, an der Leiter, wo wir hoch sind. Meist du Smoker, oder? Smoker, ja, so. War der oben drauf? Ja. Weil da kommen wir halt nicht mehr hin. Ja, aber ihr könnt doch schießen. Ja, danke. Bitte. Dann. Ja, aber deswegen kommen wir halt trotzdem nicht mehr hin. Wir können trotzdem nicht mehr hin. Äh, Hard Reset, alle runterspringen, oder? Dann müsste der Francis das weitermachen. Er versucht halt ohne mich. Ah, rigged from the start schon wieder. Ja, wir machen das jetzt einfach ganz easy ohne. Ja, klar, wir machen jetzt hier ein Speedrun. Easy, easy peasy Lemon Nuts, so easy. Easy nuts. Wait for everyone to be ready first. Kommt mal her. Ja, Ramtamtam, ähm. Also, ja, komm. Ramtam, krieg mal herüber. Schleif mal deinen leblosen Körper hierüber. Klar, 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 klar. Ja, was heißt ein Rage, wait for everyone to be ready. Bist du hier die Runde? Das war ein bisschen stummt, ja. Ihr versucht es einfach mal und währenddessen bin ich halt einfach, äh, mir ein Getränk holen. Das ist ein guter Plan. Nehme ich Bier oder Eistee? Mal schauen. Bier, hallo? Was ist das für eine Frage? Ja, aber... Die Antwort wäre, nimmst du Bier oder eine andere Sorte Bier? Naja, jetzt durch mein neues, äh, Headset kann ich euch auch mitnehmen auf meine Reise. Oh, cool. Mal schauen, wie weit die Funkverbindung hält. Müsst ihr hier... Ne, Ramtam ist nur noch, okay. Jetzt aber. Okay, jetzt geht's weiter. Ihr schafft es schon. Los geht's. Hört ihr mich eigentlich noch gut? Ja. Ja. Das ist geil, ich bin gerade am, am, am... Jetzt, hier, jetzt bricht es ab. Hier oben sind übrigens, äh, okay, da hast du schon Pipes. Hilfe ist auf der Weg. Ich kann es nicht glauben. Okay, mal schauen, wie schrecklich es wird. Gleich eine Pipe raus, oder wie machen wir das? Naja, ich glaube, am Anfang nutze ich so eine Gans. Ich komme nur erst mal von hinten, oder? Alter, Zoe schießt mir halt die ganze Zeit in den Rücken. Macht aber keinen Schaden. Charger von links. Hab ich. Ja, wie gesagt, Zoe macht keinen Schaden. Naja, aber du kannst trotzdem halt nicht zielen, wenn du, wenn... ...wir dann so zusammen zuckst. Ja, das klingt nach einem Problem, nicht nach einem Zoe-Problem. Zoe ist übrigens... Wieso ist Zoe schon groß? Was macht Zoe denn? Naja, wenn sie euch in den Rücken schießt, schießt sie offensichtlich nicht Zombies in den Rücken. Offensichtlich nicht, nee. Ja, wie... Zoe komme ich halt, ich gehe rechts auch nicht dahinter. Das war's halt. Okay, zack, zack, pipe. Ich sehe den Charter nicht mehr, ja, ich wollte gerade sagen, ich sehe den nicht mehr. Ich habe ein bisschen Sorgen gemacht. Und einen Hunter. Oh, auf mir. Seht man noch? Ja, ich muss mich halten. Sonst komme ich nicht klar. Warte, halb. Gut, gut, gut. So haben wir sich überhaupt nicht für die Pipe interessiert, hey. Geh mal da runter, kann ja nicht sein. Äh, small part nicht. Siehst du? Ja, ich müsste von dir treffen. Ja. Habe ich? Nein? Ach, 18, 7, 6, 5, 6. Nein, es war's. Ich auch. Oh, okay. Was? Ich habe mich ohnehin gestraft. Es bin ich schon ein wenig enttäuscht halt. Ja, ich bin einfach direkt am Anfang der Zoe gestorben und dann... ...kannst du es halt nicht mehr machen. Ja, ich habe euch gehört, also ich war quasi dabei. Ah, dann holen wir uns mal Munition, äh, Halfpack, ne Pipe, ein bisschen Bier, was haben wir heute? Weizen, Doppelbock, fuck. Oh, geil. Fuck, ich brauch, dazu brauch ich natürlich ein Weizenglas. Na, trinkst du aus der Flasche wie so ein richtiger Penner. Nee, absolut nicht halt. Oh, da war ich schon. Äh, ich, ich hol mir noch ein Glas. Mach das. Als ob ihr euch jedes Mal ein Glas dafür holt. Na, von Weizen schon, vor allem Doppelbock, vor allem Bier schmeckt besser aus dem Glas. Meilig, Weizen, also du kannst fast jedes Bier aus der Flasche trinken, aber halt kein Weizen. Da wirst du echt gelüncht. Ja, ich finde dich, wir sind hier in Franken, ja, da hat man wenigstens ein wenig Bierkultur, ja. Ja, hier Südländer. Ja, irgendwie Dei Schwaben haben dich ein wenig verdorben, kann das sein? Ja, wirklich. Es ist sowieso fast unmöglich, hier gutes Spiel zu finden, außer Mönchhoff. Alter, wie kann das eigentlich sein? Ja, ich wollte mich schon wieder aufregen, dass Bill in meiner Abwesenheit halt ein ganzes fucking Magazin verschossen hat. In deiner Abwesenheit? Ja, er war ja inaktiv, hat ja weitergespielt ohne mich. Ich weiß nicht, ob's euch aufgefallen ist. Nee. Ich dachte mir, so ein Wider, der Tricks war ja gut. Das passiert sonst nichts. Ja, okay, sehr kass natürlich. So, dieses Mal springe ich direkt von diesem Dach runter. Ich folge dir. Einfach alle Zombies aufschauen. Und gleich mal das Radiobahnworten. Wir sind soweit. Okay, was geht's? Ich bin schon wieder bei 38. Wieso droppe ich das halt so schnell? Wieso droppe ich so schnell? Ich probiere mal mit dem Outdoor-Sniper. Ah, es liegt hier keine M4 mehr. Stimmt, schade. Nein, und hier liegen keine Pipes mehr. Eeeh, eklig. Das ist ja... Hier laufen vorhin vier Pipes. Da kommt ein Jockey. Von links kommt ein Jockey. Links ein Jockey. Oh, fuck, ich bin schon wieder angebrummert worden. Angekost worden. Ich werfe eine Pipe. Huch, da war ein Kanister. Ja, die habe ich... Äh, mich hat ein Smoker. Ja, ich sehe ihn. Ja. Ja, die Kanister habe ich mal so ein bisschen verteilt, sodass... Da ist ein Jockey bei mir. Ja, der ist weg. Nice. Schaut mir gerade aus. Hinter. Nice, nice. Okay, je öfter ich die Outdoor-Sniper benutzt, desto mehr mag ich sehe. Bei der Outdoor-Sniper ist schon irgendwie echt nice, ja. Der Outdoor-Sniper ist schon ganz nice. Okay, okay. Äh, mich hat ein Smoker. Smoker. Ich sehe ihn nicht. Ich sehe ihn nicht. Ja. Okay. Kämpfe mich zurück zum Haus. Bin da. Ich glaube, wir lassen mal Zeit für einen Molly. Jetzt kommt ein Tank. Tank kriegt Molly ab. Tank, dann heile ich mich kurz. Wo ist der Tank? Ich glaube, von links. Erstmal vorgebummert, ja. Ich sehe den Tank. Tank links, links, unter euch. Ich schieße einfach mal. Oh, ja, da kommt er. Molly, Molly aus. Das war nicht der Tank, das war nur... Ah, da ist der Tank. Ich sehe ihn. Ich spüre ihn. Du spürst das Feuer gerade, glaube ich, eher. Ach, nee, das ist Zoe. Hink mir down. Oh, shit. Kann mich jemand... Hang down, kann mich jemand aufhelfen. Und dann muss mich jemand... Eben, wenn ich mich heile. Schrausche bei mir, ja. Leute, noch drei Views und ich habe 69 aufgeführt. Ja, geil. Nice. Warte, auf was? Jockey auf mir. Links, Smiley, hier. Oh, sorry. Life or nice. Auf was hast du dann... Das ist die gesamte Video- und Kanalaufrufe, glaube ich. Ja, geil. Oh, Smoker hat mich... Rechts von euch. Ja. Fuck. Schneid's durch. Danke. Komm mal, Zoe, ich hoch und voll in Unni. Jo. Zoe ist einfach tot. Was ist mit dir schon wieder passiert? Ich weiß es nicht. Da schaut mal einmal kurz... Oh, Hunter. Schaut mal einmal kurz weg. Ja, Schuss, tot. Ich dachte, die wurde vom Tank runtergeschmissen. Kann sein. Ah. Ach, ich muss eigentlich ein Makro für meine Maus. Bumma, 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 bumma. Fuck, der hat mich erwischt. Makro für was? Für meine Maus, für die Autosniper. Weil ich kann man nicht einfach drücken. Aber doch. Nö. Hey, wie kannst du dich auch drücken? Ey, Jockey auf mir, Jockey auf mir, Jockey auf mir. Fuck. Kann mich jemand verteidigen, wenn ich heil? Äh, ja, ich gebe mein Bestes. Schon wieder da? Oh, schweißtreibend. Und ein Splitter noch unter euch. Oh, da ist er. Oh, vorhin habe ich runtergefallen. Aber nicht ganz, oder? Nee. Boomer. Nein. Nein, scheiße. Macht nichts. Ist mir schon zweimal passiert. Ich geh trotzdem mal rüber, weil ich die Position besser finde. Ja, diese, ich weiß nicht, was, was Smiley dich da von der Position gewählt hat. Die ist voll geil. Naja. Die können halt nicht auf der Ansicht kommen, ja. Und da spawnen die Zombies in meiner Fresse. Aber jetzt ist auch okay, müssen ja alle hier sein. Schauke ist an mir. Können wir uns ja so schön ins Kreuz vornehmen. Schauke auf mir. Ich bin da unten. Ja, habe ich. Es hat niemand Pillen oder Heilung, oder? Nee. Und noch ein Tank. Nein, leider nicht. Hab jetzt leider die... Ähm, ich hatte den Smoker. Ja, hab ja. Habt ihr den Smoker? Da war die eine. Schauke unter euch. Schauke. Okay, wo ist der Tank? Oh. Schauke bei mir. Schauke bei mir. Rückt mich. Und der Tank ist bei mir. Oh, fuck, ey. Ich muss mich jetzt gleich wahrscheinlich runter. Ich muss auf die andere Seite. Ich bin down. Scheiße. Ja, wir versuchen den Tank down zu kriegen. Äh. Und natürlich. Nee, ich... Alter, ich... Okay. Ich humpel. Verteidige mich. Humpel schneller. Hä, wird das jetzt... Sind wir dann langsam mal fertig? Das ist der Heli. Ja, jetzt. Ich höre ihn. Ah, Gott sei Dank. Ab zum Heli-Bad. Dahin? Okay, dahinter. Go, go, go. Smoker. Smoker hat mich. Nein, Hunter hat mich. Hinter euch. Äh, geht ohne mich. Geht ohne mich. Lauft einfach. Umwälte ich uns, glaube ich, noch nicht mehr schaffen. Geht ohne mich. Nee, ich schaff's noch. Wohl, da ist ein Tank. Äh, Tank? Will jemand was mit dem Tank machen, oder? Lauft. Ah, nice. GG. Tschüss. 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 Bye. Bye. Bye, guys. Bin ich jetzt eigentlich mit auf dem Genie, oder? Nee, deine Leiche liegt unter dem Tank. Ach, du war's falsch. Egal, solange einer gewinnt. Der ist nämlich auch nur mit rein, mit dem Bill einsteigen lassen, oder? Einsteigen lassen können. Ja, nee, der Tank hat dich halt denied. So wie ich dich in Lords of Waterdeep denie. Ja, war spaßig. Lecker, lecker Weizen. Ja, nur Bill hat überlebt. Ja, der beste Spieler halt, ne? Ich bin fünfmal gestorben, na, super. Ich nur dreimal. Und ich dachte, mit meinen dreimal bin ich noch viel, aber ich war halt einfach der, der am wenigsten gestorben ist. Sag' mal, Smiley, deine Tode sind nur einfach gezählt worden, ne? Beide Charaktere, die du gespielt hast, ne? Ich weiß es, ne? Alter, das Bier, weil ich es jetzt trinke, heißt Bro-Bier. Ja, was? Bro-Bier? Muss ich mal googeln. Reckendorfer und Bro-Bier. Hopfengestopfter. Weizen-Dopfer. Aber ich hole mir auch noch mal kurz eins. Bro-Bier, GbR. Ja, da hier, Reckendorfer und Bro-Bier. Ah, Craft-Bier trinkt er, also, der Herr. Hm. Ja, gönn ich, Alter, ich bin sehr, ein sehr, ähm, Bier trink ich, äh, gerne. Oh ja, das glaub ich dir. Kopfschüsse, neun Prozent Kopfschüsse. Eieieie, schlecht. Ja, war nicht die beste Runde von mir. Ja, cool, dann werde ich hier mal kurz, kurz, äh, Klopräuschen einlegen, was trinken holen und dann geht's weiter. Ultimate Despair Live. helping decid hoping über die gedure ist. Also, wir kinder werden.